Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem weiteren Kanal-Update. Es ist mal wieder an der Zeit und ich wollte euch nochmal ganz kurz über alles Mögliche informieren, was jetzt halt so passiert ist, was passieren wird, etc. pp. Erstmal danke, dass ihr euch die Zeit nehmt, um mir mit aufmerksamen Ohren zu lauschen. Das erste betrifft eigentlich eine ganz, in Anführungszeichen, alte Kiste, nämlich Europa Universalis 4 mit meinem Norwegen-Let's Play. Da habt ihr ja wahrscheinlich schon mitbekommen, dass ich damit jetzt aufgehört habe. Es waren ja auch etliche Parts und nachdem wir dort die skandinavische Nation gegründet hatten, fand ich, war auch so ein bisschen, ja, das Feuer raus. Was so angestanden hätte, wäre vielleicht gewesen, dass man nochmal ein bisschen Konflikte mit Russland sucht oder was mit dem Kaiserreich irgendwie veranstaltet. Aber sind wir ehrlich, also das Spiel war da soweit gelaufen. Also erstmal die Geschichte, die möchte ich gerne abhaken. So, jetzt gibt es direkt noch was anderes aus dieser Europa-Universale-Schiene, weil ja ganz, ganz viele Leute angefragt haben, ob ich noch ein EU4-Let's Play machen werde. Ich möchte auf jeden Fall gerne noch eins machen. Ich weiß aber momentan noch nicht, wann ich das so zeitlich umsetzen soll. Da kommen wir dann gleich auch drauf zu sprechen. Da geht es dann um meinen Plan bezüglich der weiteren Let's Plays. Insofern bitte ich euch da einfach mal noch ein bisschen abzuwarten. Es wird jetzt auf jeden Fall noch ein Europa-Universales-Vier-Let's Play kommen. Das Spiel macht mir, wie gesagt, großen Spaß. Und es gibt ja auch noch das Let's Play Together mit Marvin und mit Egonson. Und das wird nach wie vor auch immer pünktlich erscheinen, manchmal sogar überpünktlich. Aber eigentlich ist der Termin immer dienstags und freitags. Und ja, ich hatte letztens das Video aus Versehen schon am Montag veröffentlicht. Ja, da bitte ich nochmal den guten Marvin und den guten Egonson um Entschuldigung. Also gut, das kommt noch. Jetzt sind wir schon bei den Projekten, die noch kommen werden. Und da möchte ich mich ganz, also erstmal ganz, ganz herzlich bei euch bedanken, dafür, dass ihr mir so viele Anregungen gebt. Ihr gebt mir so viele Anregungen, dass ich darauf mittlerweile nicht mehr eingehen kann. Ich kriege, glaube ich, pro Tag 30 LP-Vorschläge. Und in Anbetracht der Tatsache, dass es Tage gibt, wo bei mir schon vier Videos hochgeladen werden oder drei, muss ich da einfach ein bisschen kürzer treten und kann momentan keine zusätzlichen Let's Play Projekte annehmen. Ihr dürft mir das natürlich weiterhin schreiben, aber ich kann da echt nicht mehr drauf eingehen, beziehungsweise ich kann da nicht mehr drauf antworten. Ihr könnt es mir schreiben, ich werde es lesen. Und wenn ich die Zeit habe, werde ich es auch umsetzen. Aber ich bitte da einfach um Verständnis. Ich kann auch echt nicht alles Let's Playen. Eine andere Sache ist halt natürlich, ich mache ja einen Strategiekanal, der vor allen Dingen rundenbasierende Strategiespiele zeigt. Das gibt mir immer die Zeit, ausführlich zu reden und das gibt mir auch immer die Zeit, ausführlich auf das Spielgeschehen einzugehen. Deswegen bitte ich euch auch darum Verständnis, dass ich jetzt nicht solche Echtzeit-Strategiespiele wie jetzt StarCraft oder WarCraft 3 oder sowas zeigen kann. Ich wollte sehr gerne mal WarCraft 3 Let's Playen, habe es auch ausprobiert und ich war bei dem Spiel damals echt nicht schlecht, ja. Aber es ist mir einfach zu schwierig dann mit dem Kommentieren geworden und deswegen werde ich erstmal keine Echtzeit-Strategiespiele zeigen. Okay, dann möchte ich noch darauf eingehen, was noch an kommenden Projekten geplant ist. Und da wäre mal als erstes festzuhalten, dass hier Sternenschweif, der zweite Teil der Nordland-Trilogie, jetzt erstmal abgeschlossen ist. Der dritte Teil ist in Planung, der wird aber nicht sofort losgehen. Ich möchte stattdessen noch ein anderes Retro-Let's Play bringen. Was heißt Retro? So wirklich, Retro ist es eigentlich auch nicht. Handelt sich dabei um Silent Storm, einen rundenbasierenden Strategie-Klassiker meiner Meinung nach. Eines der interessantesten Strategiespiele überhaupt. Und das möchte ich jetzt dann auch sehr bald schon zeigen. Es geht außerdem ja weiter mit der Necropolis-Kampagne von Heroes of Might and Magic 5. Die läuft ja auch bereits. Und wenn Tribes of the East, also Heroes of Might and Magic 5, komplett durch ist, also wenn ich alles gespielt habe, es fehlen glaube ich noch zwei Kampagnen. Oder ja, um genau zu sein, sind es noch drei. Es fehlt also noch die Necropolis-Kampagne mit Arantir, die spiele ich momentan. Dann kommt noch die Bastions-Kampagne. Und dann kommt noch eine Kampagne mit der Akademie. Und dann habe ich Tribes of the East durch. Und dann würde ich mich jetzt mal erstmal noch auf ein und zwei Szenarien aus Heroes of Might and Magic 5 konzentrieren, weil viele von euch gesagt haben, spiel doch mal einen Szenario oder einen Multiplayer und dann zeig uns mal, was du da so von hältst und wie du das spielst etc. Und das habe ich ja auch angekündigt und das möchte ich auch machen. Und das werde ich auf jeden Fall versuchen zu machen, wenn wir hier mit den normalen Kampagnen durch sind. Heroes of Might and Magic 6 wird natürlich auch noch gestartet und wird auch noch kommen. Und da freue ich mich natürlich auch auf euer Interesse. Ihr könnt mir auch sagen, was ihr lieber sehen wollt. Wenn ihr wollt, dass ich sofort mit Heroes of Might and Magic 6 weitermache, dann schreibt mir das doch gerne in die Kommentare und dann mache ich mir davon mal ein Bild. Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Gut, soviel erstmal dazu. Ich möchte mich übrigens dafür entschuldigen, falls im Hintergrund ein Katzengemaunst mal hin und wieder zu hören ist. Unsere Katze ist nämlich krank und die Freundin von meinem Bruder war mit der beim Tierarzt. Der geht es gar nicht gut und die hat jetzt so eine Halskrause um und kommt darauf jetzt überhaupt nicht klar. Ja, deswegen musste ich mich mal gerade unterbrechen und mich mal ganz kurz um die Katze kümmern. Ja, Sekunde bitte. Dann wollte ich noch sagen, ihr habt ja gesehen, dass ich Age of Wonders 3 momentan let's playe und ich möchte mir mal einfach die Option offen halten, diese Kampagne eher so sporadisch weiter zu spielen. Also ich werde sie schon weiterspielen und wenn ich das spiele, dann werde ich auch aufnehmen, aber ich werde jetzt für Age of Wonders 3 keine festen Termine setzen, sondern das werde ich einfach nur hochladen, wenn ich einfach Lust darauf habe. Bei Hannibal vor den Toren habe ich mir jetzt überlegt, mache ich es so, dass die Parts immer Samstag, Sonntag und Montag kommen. Dann haben wir also kein Total War freies Wochenende, was glaube ich ganz gut ist und von vielen Leuten ja auch so gewünscht wird. Und wie gesagt, montags geht es dann immer weiter mit dem nächsten entsprechenden Part. Da kommt dann also ein Part Medieval 2 und ein Part von Hannibal vor den Toren. Ja, und dann gibt es noch eine Sache zu FTL, der Advanced Edition. Die habe ich natürlich schon längst und ich habe es auch schon kurz angespielt. Ich habe es noch nicht durchgespielt, aber ich habe es mal angespielt. Ich werde jetzt wahrscheinlich zu der Advanced Edition nicht ganz so viele Let's Play Parts hochladen, wie ich das jetzt zu der ursprünglichen Edition gemacht habe. Aber was ich auf jeden Fall mal festhalten kann ist, wir können ja mal noch einen Livestream machen und da schlage ich euch einfach mal den morgigen Tag vor. Vielleicht jetzt nicht unbedingt abends, aber so nachmittags könnte ich mir vorstellen. Haltet da auf jeden Fall mal eure Augen und Ohren offen und ansonsten müssen wir mal schauen. Ich werde auf jeden Fall FTL eher wieder im Livestream spielen, weil sich das Spiel auch dafür eher anbietet. Ich kann jetzt wegen morgen noch keine genaue Uhrzeit nennen. Ich würde mal sagen so drei Uhr ungefähr und da würde ich euch dann auch ganz gerne mal so ein bisschen diese Advanced Edition vorstellen und da würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr alle bei mir in den Livestream rein purzelt. Und weil die Katze jetzt keine Ruhe gibt und ich mich noch mal ein bisschen um die kümmern muss, muss ich mich leider jetzt an der Stelle erstmal verabschieden von euch. Ich bedanke mich noch mal ganz herzlich fürs Zugucken und hoffe, ihr seid beim Livestream dann morgen dabei. Es wird wahrscheinlich nicht so lange werden, aber wir gucken einfach mal und vielleicht können wir danach nochmal so eine kleine Talkrunde machen. Würde mich auf jeden Fall freuen, euch dann wieder zu sehen. Bis dahin sage ich, macht's gut. Tschüss.